Habe die Ehre. Servus. Danke für seine Schau. Willkommen in der grünen Hölle. Mit mir, den Hans Winn und den Dominik. Servus. Oh mein, die Fp ist gerade ein bisschen keller. Warum das? Das ist er nicht. Oh, vielleicht nehmen wir einen Schatz zu lange auf. Keine Ahnung. Und weil ja ich Host bin, geht doch die Säuse bei mir an Ramei. Vielleicht liegt es an dem. Kann da so. Was findest denn du schon wieder? Warum? Weil du auch von Sachen auftauchert. Ich glaub dir kurz zeig. Weil alles, was du findest oder ich find, das wird geteilt. Ja. Ich hab da so ein Häuschen gefunden und das durchsuche ich gerade. Dann schauen wir mal, ob ein Karten auch drin ist. Wenn die da ziemlich am Strand warst, haben viele... Da hätten halt eingeborene. Vier Stücke im Kreis. Was singen sie denn? Mal ein Ingo? Mal ein Ingo, Mal ein Ingo. Keine Ahnung, ich gerne zwei Ziele, was ich noch finde. Machst halt wieder keine Haie, vielleicht sind sie freundlich. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Also ich hab jetzt doch Korkorken gefunden. Ja genau. Ich hab jetzt doch Korkorken gefunden. Ja, langsam wieder unser schönes Hinterl. Jetzt hat der Sauber mit meinem Speer abgenommen, nimmt durch den Körper durch. Du musst doch jemanden mit da rufen oder nicht? Kann sein. Ich weiß nicht, die anderen sind auch davor mit Dingen abgehauen, mit meinen guten Pfeilen. Aber wenn der Spieß auf der anderen Seite schon auszuschaut, dann fällt er doch irgendwann um. Jetzt ist er fort. Und das mit meinem Speer. Ich schau, dass ich wieder zurückkomm. Ohne, dass das mehr ein Löwe kommt. Du musst nur schauen, ob ich zurückkomm. So, ich hab das Feuer wieder aufgefallen. Die ganze Rohre bleibt an mir. Soviel tue ich an. Aber was zum nächsten Mal. Jetzt ist der Entdecker von neue Sachen. Das ist der Entdecker. Das ist der Entdecker. Das ist der Entdecker. Das ist der Entdecker für Fehlern. Hä, wo bin ich jetzt? Wir haben Koordinaten. Das kann ich gerade nicht nachschauen. Gleich. Ah, ich bin schon da. Ich glaube ich zumindest. Ah ja, da, weißt schon mal, da steht mal die Falle. Ja. Ja. Fertig. Ja. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Also ich kann jetzt ganz viel Wasser holen. Warum? Weil ich sechs Behälter habe. Ja, aber dem holt da wieder das Inventar zu. Ja, das schon. Aber jetzt von Anfang da weiß ich, wie wir mal etwas besser haben gelangt, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es recht viel was besseres gibt. Ich glaube einen Kochtopf gibt es noch. Wie schaut's mit dem Leben aus, wenn ich schon rum bin? Dann kann ich wieder bringen. Da kommt ein Gewitter. Aber wir haben wirklich unseren Ruf für die Eingeborene. Ich weiß nicht, mit dem Eingeborenen. So, jetzt könnte man da hier machen. Dann haben wir ein Fenster. Oder machen wir da hier? Weil da müssen wir einen Tag zum Zeigen. Ich glaube, ich mache da hier. Jetzt brauchen wir noch ein paar lange Stücke. Okay. Okay. Jetzt, kommst du dich. Kommst du dich. Jetzt kommst du dich. Dann kommst du dich. Kommst du dich. Jetzt kommst du dich. Kommst du dich. Menge Blitz, kommst du dich. Also ich schon mal Antôn'tich. Warte, ich finde dich. Das war ja nicht ausgelusten, gell? Jo, ich auch gleich. Eingeborener! 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 Oh, der hat mich gelegt! Ja! Wo ist die jetzt hergekommen? Ich weiß, dass du noch verschreien müssten hast. Und du hast das verschrien! Die ganze Zeit haben wir uns in Ruhe gekommen, von denen ich auf dem... Ja, ich bin auf dem Boxbahn geworden. Wo? Irgendwo, wo ich fallen war. Am Arsch der Welt! Oh, mein Gott! Der wird zwischendrin schlucken müssen. Oh! Bei meiner Tagesausreise hier. Die sind immer wohl hier. Wie waren die Koordinaten? 50 West, 23 Süd. Ah, das ist ja, das ist ja. Okay. Brauchst du ein paar Blechdosen? Keine Ahnung, was man mit dir tut. Das ist der nächste Limbapierte. Vielen Dank. Dann legen wir ihn hoch. 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 Bis zum nächsten Mal.